Die Zahnarzthelferin Lena Seifert steht seit sechs Monaten gewaltig unter Druck. Ihr Mann liegt kränkelnd und arbeitslos zu Hause. Die 26-Jährige muss sich alleine um ihren kleinen Sohn und ums Geldverdienen kümmern. Daher treffen sie die Neuigkeiten ihres Chefs besonders schwer. Guten Morgen meine Damen. Morgen. Guten Morgen. Ich habe etwas mit Ihnen zu besprechen. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss Ihnen allen mitteilen, dass ich ab dem nächsten Monat eine Stelle streichen muss. Was? Wie bitte? Aber wer von uns muss denn... Ich kann das jetzt noch nicht sagen. Ich werde das in den nächsten drei Wochen entscheiden. Jede von Ihnen soll die gleiche Chance bekommen, sich zu bewähren und zu zeigen, wie leistungsstark sie ist. Was ich allerdings ab sofort nicht mehr dulden werde, Lena, ist ihr dauerndes Zuspätkommen. Aber das war doch nur zweimal. Das ist schon möglich. Aber dennoch spreche ich Ihnen hier mit einer Abmahnung aus. Wiederholtes Zuspätkommen zeugt nicht gerade von Respekt mir gegenüber als Ihrem Chef. Und übrigens auch nicht den Kolleginnen gegenüber. Ja, ähm, tut mir echt leid. Also es kommt nicht wieder vor. Entschuldigung. Das war es dann auch schon. Umziehen und dann ab an die Arbeit, ja? Ja. Lena, das mit der Abmahnung ist nur eine kleine Warnung. Wenn Sie Ihren Job behalten möchten, müssen Sie sich in Zukunft einfach ein wenig mehr anstrengen, ja? Bitte. Was war denn das da zwischen Henning und Lena? Die haben doch geflirtet. Lena weiß genau, dass ich seit einem Jahr auf den Doktor stehe. Also wegschnappen lasse ich mir den nicht. Die Schreckensnachricht des Doktors erwischt die drei befreundeten Frauen eiskalt. Jeder hat ihre eigenen guten Gründe, weshalb sie den Job braucht. Und nun müssen Lena, ihre Freundin Sarah und Gabi Paulsen auch noch gegeneinander arbeiten. So eine Nachricht am frühen Morgen. Ich brauche den Job. Die hat mir gerade einen Jahreswagen geholt. So habe ich schon Schulden. Mann, ey, meinst du mir geht's besser? Ich habe zwei Kinder. Ja, ich bin alleinerziehend. Ich muss meine Kinder ganz alleine ernähren. Ihr seid witzig. Benno hat seit einem halben Jahr einen Burnout und ich bin Alleinverdiener. Und ja, ich bin auf den Job angewiesen, weil ansonsten müssen wir zum Amt und das geht nicht. Mann, aber es ist doch alles gar nicht so schlimm für euch. Guck mal, du hast überhaupt gar keine Kinder, die du ernähren musst, ja? Und du hast einen Mann zu Hause zu sitzen. Aber bei mir ist das richtig extenziell. Zwei Kinder sage ich da nur. Ja, ist ja schön, dass du der Meinung bist, dass es dich am allerschlimmsten treffen würde. Aber ich muss mir dann auch wieder einen neuen Job besorgen. Die fallen ja nicht vom Himmel. Ihr seid dann fertig. Also ich finde das alles total schrecklich. Besser, wenn Benno erfährt, dass ich eventuell meinen Job verliere, ja, dann kriegt er gleich den nächsten Anfall. Und ich brauche den Job deswegen. Also ich werde um den Job kämpfen, ne? Nur damit ihr das wisst, ist auch nicht gegen euch. Also ich habe keinen, mein Zuhause. Ja, ja, genau. Ja, übrigens, was ich dir noch sagen wollte. Danke übrigens, dass du mir damals den Job besorgt hast. Ich sage mal, die Situation ist zwar scheiße und ich hoffe auch echt, dass es nie zwischen unserer Freundschaft steht, weil du bist mir echt wichtig. Du bist scheuer. Und hallo, nein, natürlich nicht. Ich werde immer Freundin sein. Ist zwar ein bisschen beschissen, aber egal. Wird alles fair laufen. Ich gebe dir mein Gott. Lena Seifert hat solche Angst um ihre Familienexistenz, dass sie Rechtsanwalt Gregor Meng sofort um einen Termin bittet. Noch am selben Abend nimmt er sich Zeit für seine Mandantin und besucht sie und ihren Mann Benno zu Hause. Was ist denn passiert? Ja, also es geht um meinen Job. Also ich bin Zahnarzthelferin und unser Chef, der hat mir und meinen zwei Kolleginnen eröffnet, dass einer von uns gehen muss und hat mir halt mit einer Kündigung gedroht. Gibt es einen Grund für diese Kündigungsandrohung? Dankeschön. Ich weiß nicht, ob es ein Grund ist, aber ich bin halt irgendwie in der letzten Zeit ab und zu mal zu spät gekommen. Okay, wie oft ist das passiert und wie lange sind Sie zu spät gekommen? Also in den letzten zwei Wochen waren es vielleicht zweimal und dann so fünf bis zehn Minuten. Okay, aber immerhin, ja. Der kann meine Frau doch wegen so einer Lappalie nicht einfach rausschmeißen, oder? Na ja, erstens ist es gar nicht so eine Lappalie. Also es reicht auf jeden Fall klar für eine Abmahnung. Abmahnen kann er sie jederzeit wegen einer Verspätung und wenn es öfter vorkommt, kann er sie sogar außerordentlich kündigen. Wo Sie natürlich recht haben, wenn er vorher keine Andeutung gemacht hat, kommt es mir auch ein bisschen komisch vor. Deswegen frage ich mich eigentlich jetzt schon, ist noch irgendwas anderes passiert? Gibt es vielleicht noch einen weiteren Grund? Naja, also ich hatte nie Probleme mit ihm und also nicht, dass ich wüsste. Und wenn es mir nicht so schlecht ging, wäre ja an diesem scheiß Burnout, dann könnte ich für meine Familie sorgen. Und sie wäre auf diesen blöden Job überhaupt nicht angewiesen. Also einfach, jetzt machen Sie sich mal keine Vorwürfe. Ich meine, Sie werden ja auch bald wieder gesund sein. Burnout ist ja heilbar. Mann, ich weiß gar nicht, wie es mit unserer Kleinfamilie weitergehen soll. Also wenn ich dann noch meinen Job verliere, dann bleibt uns nur noch Hartz IV und das ist doch kein Leben. Frau Seifert, jetzt sehen Sie mal nicht gleich alles so schwarz. Erstens, Sie sind noch gar nicht gekündigt worden. Sie haben ja jetzt die Gelegenheit, sozusagen dadurch, dass Sie jeden Tag glänzen und immer super pünktlich kommen, irgendwie Ihrem Chef zu zeigen, dass Sie sich bemühen. Und trotzdem können Sie sich ja parallel schon mal auf dem Arbeitsmarkt umschauen. Ich weiß, das ist ja so ein schwacher Trost, aber es gibt bestimmt ganz viele andere Stellen auch noch für Sie. Also da würde ich jetzt erstmal nicht den Kopf hängen lassen. Okay. Ja. Gut. Ich hatte gedacht, der Anwalt könnte mehr für uns tun. Aber wie es aussieht, bin ich gegen die drohende Kündigung machtlos. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn ich meinen Job verliere. Angestrengt achtet Lena nun darauf, dass ihr nicht der kleinste Fehler bei der Arbeit und im Umgang mit dem Arzt unterläuft. Drei Tage später hat Dr. Landmann plötzlich einen Betriebsausflug anberaumt, bei dem er angeblich die Sozialkompetenz seiner Mitarbeiterinnen testen will. Und dann übertreibst du nicht so ein bisschen, es ist ja prächtig, wie du dich an den Chef hier ranschmeißt. Das musst du gerade sagen. Alles für den Job, oder? Du hast doch noch getönt, du kämpfst um deinen Job und so. Richtig. Dezent sieht heute auch nicht aus. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja? Ey, nicht streiten. Wir sind hier alle in einem selben Boot und wir müssen zusammenhalten. Ja. Lass uns ein bisschen Spaß haben. Das wäre super. Ich bin soweit. Dankeschön. So, Lina. Sie sind dran. Ja, danke. Bin ich immer gespannt. Ja, ich auch. Ach, Lina, so hält man den Schläger nicht. Versuchen Sie es mal so. Artwöhnisch und beinahe feindselig beobachten Lenas Kolleginnen Gabi und Sandra den vermeintlichen Flirt mit dem Doktor. Dass Lena jetzt echt so eine Unschulds-Nummer abzieht, als ob die nicht weiß, wie man so einen scheiß Schläger hält. Aber Männer fallen ja auf sowas immer drauf rein. Ey, das ist echt nix heilig, um ihren Job zu retten. Ich würde mal sagen, das war es dann für heute, oder? Wir sind durch. Ich finde, das hat richtig Spaß gemacht. Finden Sie nicht? Auf jeden Fall. Ja, super lustig. Auf diese Art. Wenn wir uns auch mal auf einer anderen Ebene kennen. Nicht mehr in der Praxis. Und ich konnte gleich mal schauen, wie es um Ihre Sozialkompetenz bestellt ist. Wunderschön. Das sollten wir viel öfter machen. Ja, schauen wir mal. Wer hat gewonnen? Ja, Dr. Landmann. Sie haben gewonnen. Ich habe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, wünschen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. So, haben wir alles? Wollen wir nach vorn gehen? Ihr Schläger. Dankeschön. Dankeschön. Kommen Sie. Ja. Lena, sagen Sie mal, wie kommen Sie denn eigentlich nach Hause? Sie haben doch im Moment gar kein Auto, oder? Ja, nee, habe ich wirklich nicht. Aber ist okay. Ich fahre mit dem Bus. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Also, ich würde mich freuen, wenn ich Sie nach Hause bringen dürfte. Liegt sowieso auf meinem Nachhauseweg. Ja, aber wenn es so ist, dann... Ja? Na klar. Ja. Okay. Meine Damen, sind Sie vielleicht so nett und bringen Lenas und meinen Schläger noch hier vorne ins Häuschen? Ja. Wir sehen uns dann morgen in der Praxis, ja? Hat Spaß gebracht. Bis morgen, ja? Bis morgen. Tschüss. Kommen Sie, Lena. Mein Auto steht da vorn. Ja. Von wegen, wir halten zusammen. So eine kleine Schlampe. Dass Lena sich jetzt von mir nach Hause bringen lässt, kann nur bedeuten, sie fährt auf mich ab. Eigentlich war sie bisher immer unnah, aber ich liebe dieses Spielchen. Alles andere wäre doch langweilig. Lena ist zwar überhaupt nicht wohl dabei, sich von ihrem Chef nach Hause fahren zu lassen, aber die junge Mutter macht gute Miene zum bösen Spiel. Zu Hause wartet ihr Mann Benno zunehmend nervös auf seine Frau, weil sie viel länger weg ist als üblich. Kein Wunder, denn Dr. Landmann fährt offenbar absichtlich einige Umwege. Lena, ich weiß, dass Sie den Job wegen der Erkrankung Ihres Mannes brauchen. Er arbeitet ja im Moment nicht, oder? Woher wissen Sie das denn? Aber nee, dem geht es schon wieder gut. Also, das wird alles. Okay. Ja, wie dem auch sei. Ihr Mann ist ja ein richtiger Glückspilz, oder? So eine schöne, attraktive Frau, wie sie zu haben. Weißt du das eigentlich zu schätzen? Ja, mein Mann liebt mich. Kann ich sehr gut verstehen. Ich sag dir ja, ein Glückspilz. Und Ihnen liegt ja sehr viel an Ihrem Job, oder? Ja. Finanziell gesehen wäre das eine absolute Katastrophe für Sie, wenn Sie den verlören. So als Alleinverdienerin. Ja, vor allem, weil ich auch einen kleinen Sohn habe. Tja, Lina, wenn Sie ein bisschen netter zu mir wären, also ich meine so zugänglicher, verstehen Sie? Dann müssten Sie sich ja um Ihren Job überhaupt auch keine Gedanken machen. Denken Sie doch mal darüber nach. Ja, mach ich. Tja, Lina, dann. Sehen wir uns ja gleich wieder, in ein paar Stunden in der Praxis. Ja. War wirklich schön mit Ihnen. Danke fürs nach Hause bringen. Sehr gern, jederzeit. Lina! Ist das ein widerlicher Typ. Wie kann er es wagen, mir die Hand aufs Knie zu legen? Und woher weiß er überhaupt von Bennos Burnout? Ich habe Sandra und Gabi extra gesagt, die sollen nichts erzählen. Benno ist bestimmt auch schon total sauer, dass ich so spät bin. Lenas Mann Benno hat als Küchenchef jahrelang unter Hochdruck gearbeitet. Durch die anhaltende Erschöpfung ist er derzeit arbeitsunfähig. Er hat nun Angst, Lena sucht sich einen anderen. War schön, ja? Ihr habt aber echt lange gespielt. Ja, und du, mein Chef hat mich noch nach Hause gebracht und der ist so viele Umwege gefahren. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Du, ist auch egal. Ich habe ja hier nur gestanden und habe uns was Leckeres gekocht. Dein Lieblingsessen übrigens. Was jetzt kaltes in die Tonne kann. Nee, du, lass mal, lass mal. Das sieht total lecker aus. Und das können wir doch noch essen. Das ist auch total lieb von dir. Weißt du, während du hier mit deinem Chef irgendwelche Umwege gefahren bist, habe ich hier gestanden mit Lukas zusammen und habe Essen gekocht. Ja, und im Endeffekt musst du eher kleiner, denn ohne dein Gute-Nacht-Küsschen ins Bett. Ja, tut mir leid. Na, ist schon okay. Ich habe halt nur gedacht, weißt du, bist du in letzter Zeit so gestresst und na, dachte ich, da koche ich dir was Leckeres, so mit Kerzenschein und wir beide. Das ist auch total lieb von dir. Nee, du, lass mal, ich will mir noch unter die Dusche und dann will ich ins Bett. Ist ja klar, mit einer decken Karin kann ich natürlich nicht bieten. Mann, red mal nicht so Mist. Geld ist nicht alles. Das sah eben aber ganz anders aus. Gute Nacht. Mann, ey, ich will Benno ja nicht von Kopf schoßen, aber ich habe im Moment überhaupt gar keinen Bock auf Sex. Nach der Aktion im Auto mit dem Chef, aber das kann ich ihm nicht erzählen, weil der ist schon so gestresst und noch mehr Stress kann ich nicht gebrauchen. Lena bekommt noch mehr Stress. Die zunehmenden Aufdringlichkeiten ihres Chefs setzen der Zahnarzthelferin zu. Sie weiß nicht, ob und wie sie sich wehren soll. In ihrer Verzweiflung bittet sie Rechtsanwalt Gregor Meng zwei Tage später erneut um ein Treffen. Das klang so dringend am Telefon, Frau Seifert. Was gibt es denn Neues? Neue Probleme wegen ihrer Arbeitsstelle? Ja, also, ähm, ich habe da eine Kollegin, eine Nette, und, ähm, ja, also, die wird, ähm, der Dr. Landmann, ja, der sucht immer so, so argen Körperkontakt. Dankeschön. Dankeschön. Ich hätte gern Kaffee. Ähm, er sucht immer Körperkontakt zu ihr und, äh, macht halt auch so zweideutige Bemerkungen. Okay. Und, ja, ähm, die will das nicht. Ah, schon klar. Körperkontakt, was genau meinen Sie mit Körperkontakt? Ja, also, er lehnt sich halt, ähm, öfter mal so ganz dicht über sie, so, und, ähm, ja, streichelt ihr auch so über den Arm oder, ähm, ja, oder fässt ihr halt auch so übers Knie, so, wo sie mal bei ihm im Auto gesessen hat. Okay, das, dankeschön, klingt ja nicht gut. Und, äh, was macht er genau für zweideutige Bemerkungen? So, hundertprozentig weiß ich das auch nicht. Also, ja, ich weiß nur, dass es ihr total unangenehm ist und sie das total abartig findet. Okay, Frau Seifert, und Sie sind sich ganz sicher, wir reden hier nicht über Ihre eigene Situation? Nee, niemals. Okay. So, gar nicht. Na gut. Also, dann sagen Sie Ihrer Kollegin mal von mir, dass sie natürlich ihren Chef anzeigen kann wegen Nötigung am Arbeitsplatz. Und außerdem sagen Sie ihr bitte, dass sie ihren Chef auffordern soll, dass er sein Verhalten unterlässt. Und, wenn nicht, können wir das sogar für Sie auch gerichtlich einklagen, dass er sein Verhalten unterlassen muss. Und dann würde ich Sie bitten, dass sie, dass sie mich mal persönlich kontaktiert und mir genauere Details erklärt. Sonst kann ich ihr eigentlich gar keine Handlung empfehlen. Ah. Ja. Okay, aber eine Anzeige, das geht nicht. Also, da verliert sie ja dann ihren Job, wenn der das mitkriegt. Und, ja, das kann sie sich nicht leisten. Okay, klar. Aber Frau Seifert, noch einen Rat für Ihre Kollegin, bitte. Sagen Sie ihr bitte, dass sie sich auf gar keinen Fall einschüchtern lassen soll und auch nicht missbrauchen lassen soll, nur weil sie Angst hat, ihren Job zu verlieren. Ich meine, Sie wissen selber, es gibt tausende von Arztpraxen in Berlin. Die wird auf jeden Fall einen neuen Job finden. Ja, okay, also, ganz ehrlich, ich muss jetzt auch schon wieder los, weil ich habe nur Mittagspause. Lassen Sie mich, ich mache das schon. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen geholfen. Ja, danke. Ich werde es auf alle Fälle weitergehen. Okay, alles klar. Tschüss. Frau Seifert redet hier von ihrer eigenen Situation. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt sicherlich rechtliche Mittel, wie sich Frau Seifert dagegen wehren kann. Aber das Problem ist, glaube ich, eher, Frau Seifert schämt sich auch noch für ihre Situation. Das ist leider häufig der Fall bei Opfern. Sie fühlen sich dann meist für die Situation schuldig. Aus nackter Angst hat Lena Dr. Landmann nicht angezeigt. Sie spielt sein perfides Spiel mit und macht brav Überstunden. Während Kollegin Gabi sich nicht mehr besonders um den Job bemüht, wundert sich Sandra Fischer über Lenas Arbeitseifer. Was machst du denn noch hier? Schon mal auf die Uhr geguckt? Ja, ich mache das noch fertig und dann bin ich weg. Ja, aber muss es heute sein? Kannst du es nicht auch machen? Ja, du weißt doch, seit die Situation mit unserem Job ist, da darf ich mir halt einfach keine Patzer mehr erlauben. Also ich muss das noch fertig machen, weil, weißt du, sonst hat Gabi auch immer noch geholfen, aber macht es ja irgendwie auch nicht mehr, seit sie ihre Alleingänge stört. Weißt du was? Ich helfe dir. Dann sind wir schneller fertig und beide Feierabende, hm? Du, lass mal, brauchst gar nicht. Also geh du mal in deinen wohlverdienten Feierabend. Ich mache das und dann passt schon. Bist du sicher? Ja, ja, ja. Lena? Ja? Kommen Sie doch bitte noch mal zu mir in den Behandlungsraum. Ich brauche da mal Ihre Hilfe. Alles klar. Okay. Ja, Henning hat nur noch Augen für seine, ach so hart arbeitende Lena. Mich sieht er überhaupt nicht mehr. Tja, muss ich ja auch ein paar Überstunden machen. Dann ist Schluss mit der trauten Zweisamkeit. Praxisdoktor Landmann, Sandra Fischer im Apparat. Hallo, Sandra, hier ist Benno. Kannst du mir bitte mal Lena geben? Hi, Benno. Du, ähm, das ist schlecht. Die Lena ist hinten beim Doktor und das könnte ein bisschen dauern. Ähm, aber mal ganz was anderes. Hättest du eventuell Zeit, auf einen Kaffee bei mir vorbeizukommen? Ähm, ich muss dir was ganz Dringendes erzählen. Aha, was denn? Du, das ist echt schlecht am Telefon. Das sollten wir wirklich unter vier Augen besprechen. Okay, alles klar. Machen wir so. Ähm, dann melde ich mich bei dir nochmal und wir treffen uns dann. Sagst du bitte Lena, dass ich angerufen habe und sie soll mich bitte zurückrufen? Ja, klar. Ich sag Lena Bescheid, dass du angerufen hast. Okay. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja. Kannst echt nicht glauben. So was nennt sich jetzt beste Freundin. Seit einem Jahr stehe ich auf Henning und Lena weiß das. Und trotzdem baggert sie ihn an, nur um ihr einen scheiß Job zu retten, den ich ihr besorgt habe. Aber Rache ist süß. Fangen wir doch damit an, dass ich vergesse, dass ihr Benno angerufen hat. Oh. Lena hat sich nicht bei ihrem Mann zurückgemeldet, weil Sandra ihr seinen Anruf tatsächlich nicht ausgerichtet hat. Innerlich tobt Benno deshalb. Der Plan der Konkurrentin, Zwietrach zu säen, geht anscheinend auf. Wie, was? In der Praxis angerufen? Sandra hat mir gar nichts gesagt. Das ist normal gar nicht ihre Art. Komisch. Lena, ich muss ganz klar wissen. Läuft da was zwischen dir und dem Landmann? Na, geht's dir gut oder was? Er läuft nichts. Warum lässt du dich dann von diesen Schmierlappen nach Hause fahren? Weißt du, du erzählst mir was von Überstunden. Bei uns zu Hause läuft mit Betten überhaupt nichts mehr. Du schaffst es nicht mal, mich zurückzurufen. Stell dir mal vor, es wäre was mit unserem Kleinen gewesen. Ey, ich bin so lange auf Arbeit, weil ich die Arbeit für zwei machen muss. Gabi hilft nämlich nicht mehr. Ja, deswegen bin ich immer so lange weg. Lena, meinst du, ich weiß nicht, dass du dir ein anderes Leben vorgestellt hast? Ich kann dir doch gar nichts bieten. Seid ich meinen Burnout habe, ja, kann ich nicht mehr für euch sorgen. Da wundert es mich nicht, dass du dich nach anderen Kerlen umsiehst. Und da kommt dieser Landmann, ja, dieser Schmierlappen gerade richtig. Mit seinem dicken Auto und der ganzen Kohle. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Ey, willst du mich verarschen? Warum sollte ich mir einen anderen suchen, weil du krank bist? Weißt du, ich habe das im Gefühl. Du entfernst dich immer weiter von mir. Und das tut weh. Sag mal, was meinst du eigentlich, wofür ich das alles mache? Das mache ich mir für unsere kleine Familie. Du unterstellst mir, dass ich fremdgehe? Mahakt's oder was? Wer war das? Dein Freund? Warum gehst du denn nicht ran? Nee, das war der Anwalt. Na klar, der Anwalt. Glaubst du mir nicht oder was? Nein, ich glaube dir nicht. Nein, guck mal selber. Sorry, Lena, es tut mir leid. Deine Entschuldigung kannst dir eine Haare schmieren. Nacht. Lena. Wenn du's Eifersucht macht mich total wahnsinnig. Ich habe keine Kraft dafür, sonst breche ich auch noch zusammen. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel mit meinem Chef macht mich total fertig.